Geige Geld für euch alle. Kleine Frage, Arschkriecher. Wer von euch Pissern hat noch gegen mich ausgesagt damals, außer Bernd? Du wusstest genau, dass ich nicht dann war bei dem Einsatz. Wörns wusste es auch, Amsfeld wusste es auch. Dass das Ding nur deswegen schief gegangen ist, weil Dietzel auf zwei Geigen spielt, ist irgendwie an der Staatsanwaltschaft vorbeigegangen. Wir hatten Schiss, Martin. Erzähl Papa keinen Scheiß, Arschkriecher. Mach's schön mit Reprovics, Mädchen, ha? Während deine Frau zu Hause die neue S-Ecke einrichtet, nachst du nach Dienstschluss schön von seiner besten russischen Ware. War's nicht so, Schucki? Ich meine, es ist doch nicht nur wegen Dietzel. Martin, wenn wir es diesmal schaffen, den Ring zu sprengen und dabei nicht sein Leben riskieren, dann... Scheiße. Ja, ich bin dran. Keine Chance, tut mir leid. Was? Wann? Reprovics hat Dietzel erschossen. Die haben jetzt Wörns als neue Geisel. Der ist denen im Treppenhaus direkt in die Arme gerannt. Okay, ich bin sofort bei euch. Verdoppelt das Einsatzkommando. Wir kommen doch auch mal zu zweit. Wir sind zu zweit. Mein Kollege trägt eine Tarnkappe. Also, kennst du sie? Vom Sehen, wenn ich... So, Ende der Durchsage. Wart's mal! Du bist da abgehauen. Du bist da voll auf Drogen, Mann. Gehst du auch damit? Versorgst die Kids mit Drogen, ja? Komm, red schon! Nein, nein, nein. Das ist so ein bisschen Eigenbedarf. Das ist ein Eigenbedarf. Ja, ja. Wollen wir mal gucken, wie du heißt. Achim Straschek. Park Alli 13. Das ist keine schlechte Gegend. Jetzt pass mal auf, Achim. Es gibt zwei Möglichkeiten. Variante A, ich bringe dich zu den Jungs vom Drogenreferat. Die machen eine Blutprobe und eine Wohnungsdurchsuchung. Danach sieht es bei dir aus wie nach einem Erdbeam in der Türkei. Okay, okay, okay. Variante B. Du erzählst mir alles, was du über Marina Waltersen weißt. Nicht viel. Die solche müssen doch freuen. Die solche müssen doch freuen. Die solche müssen doch freuen.